Geld vor Inflation retten, Rentenpunkte kaufen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbeschall24.de. Die Inflation von 10% und mehr frisst unser Geld einfach auf. Kaufkraft schwindet, die Kosten für die Lebenshaltung gehen nach oben. Das ist Ihnen sicher alles bekannt. Viele Menschen machen sich Gedanken darüber, wie sie ihr Geld vor der Inflation retten können. Und da habe ich einfach eine gute Idee. Vielleicht können Sie sich ja mit dieser Idee vielleicht ein bisschen anfreunden. Die gesetzliche Rente bietet an sich eine super Geldanlage, die sogar noch Rendite bringt. Wer weiß, dass er in 5, 6 Jahren mit 63 oder mit 64 eventuell mit Abschlägen in Rente gehen kann oder möchte, hat die Möglichkeit, diese Abschläge durch besondere Ausgleichsleistungen, Beitragszahlungen auszugleichen. Wer also einen Abschlag in seiner zukünftigen Altersrente, sagen wir mal, von drei Entgeltpunkten hat oder den ausgleichen will, kann nach Berechnung für das Jahr 2022, die ich angestellt habe, mit rund 21.706 Euro zusätzlichen Beiträgen diesen Abschlag ausgleichen. Wenn er das dieses Jahr mit einer besonderen Rentenauskunft de facto beantragt und dann auch noch zahlt. Dabei nutzt man clevererweise den Umstand, dass das vorläufige Durchschnittsentgelt im Jahr 2022 noch 38.901 Euro beträgt. Wer also 38.901 Euro Durchschnittseinkommen im Jahr 2022 hat, erhält daraus einen Entgeltpunkt. Der eingezahlte Ausgleichsbetrag wird in Rentenpunkte umgewandelt und ihren bestehenden Entgeltpunkten, die sie also bisher schon angesammelt haben, gutgeschrieben. Und mit jeder Rentenerhöhung erhöhen sich auch diese Punkte mit dem entsprechenden neuen Rentenwert. Im Jahr 2023 sieht die Sache schon ein bisschen anders aus. Denn da müssen sie für die drei Entgeltpunkte, die sie dann vielleicht ausgleichen wollen, schon ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Warum ist das so? Das vorläufige Durchschnittsentgelt im Jahr 2023 beträgt nicht mehr 38.901 Euro, sondern 43.100 und 42 Euro. Und die Ausgleichssumme beträgt dann, wenn Sie die drei Entgeltpunkte dann ausgleichen wollen im Jahr 2023, 24.000 Euro und 63 Euro. Im Verhältnis zum Jahr 2022 sind es im Jahr 2023 dann tatsächlich 2.357 Euro mehr, die Sie für den Ausgleich einer Rentenminderung von drei Entgeltpunkten dann zahlen müssten. Daher sollte man noch im Jahr 2022 handeln und sein Geld bei der Rentenversicherung inflationssicher anlegen. Ähnliche Sachverhalte haben wir auch, wenn jemand freiwillige Beiträge in die Rentenkasse einzahlt. Das macht auch Sinn und erhöht Ihre späteren Rentenanwartschaften für eine Altersrente. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel 9.106 Euro und Rentenberater Peter Knöppel 10.106 Euro und Rentenberater Peter Knöppel